Hallo zu einem neuen Video. In der Welt der Excel-Pivot-Tabellen verbergen sich einige mächtige Funktionen, die deine Datenanalyse auf ein neues Level heben können. Einer dieser Funktionen, die oft übersehen wird, sind berechnete Felder. Mit diesen können benutzerdefinierte Berechnungen erstellt werden, die auf den vorhandenen Daten basieren. In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, wie du diese leistungsstarke Funktion für dich nutzen kannst, um deine Pivot-Tabellenanalysen zu verfeinern und wertvolle Einblicke zu gewinnen. Ich habe uns dazu folgendes Beispiel mitgebracht. Und zwar haben wir hier eine einfache Tabelle. In der ersten Spalte befinden sich die Produkte und dann in der zweiten Spalte die Kunden. Und dann gibt es noch die Quartale 1 bis 4 und das Ergebnis. Auf Basis dieser Tabelle werden wir nun in Schritt 1 eine Pivot-Tabelle erstellen. Dazu lege ich ein neues Arbeitsblatt an und gehe auf Einfügen, Pivot-Tabelle und selektiere nun entsprechend die Umsatzdaten. Ich bestätige mit OK und habe nun meine gewünschte Ergebnis-Tabelle. Nun habe ich die Möglichkeit, ein berechnetes Feld mir anzusehen. Und zwar kann ich beispielsweise hier, ich stelle noch die Formatierung ein und zwar gehe ich auf Währung und erhalte nun entsprechend zu den einzelnen Produkten die Umsätze. Möglicherweise möchte ich mir nur jene Umsätze ansehen, wo der Listenpreis über 10.000 Euro beträgt. Wie mache ich das? Das lässt sich folgendermaßen durchführen. Ich gehe hier auf die Pivot-Tabelle Analyse im Menü und darin gibt es nun einen Bereich der Berechnungen unter Tools. Dort kann ich wiederum auf Felder, Elemente und Gruppen auf ein berechnetes Feld navigieren. Dort kann ich nun bei dieser Eingabemaske entsprechend ein Feld definieren. In unserem Fall möchten wir nur die Produkte bzw. Umsätze, die größer 10.000 Euro sind. Mir fällt in dieser Situation keine bessere Überschrift ein. Wir könnten vielleicht die Umsätze abkürzt mit die höchsten Umsätze und darin kann ich dann nun eine Formel anwenden. Ich kann zum Beispiel sagen, das Feld Ergebnis, welches unser Umsatz beinhaltet, dass ich mit einer einfachen Wenn-Formel abfrage, ob das Ergebnis, also unser Umsatz, größer als 10.000 Euro beträgt. Und falls das der Fall ist, dann bitte diesen Umsatz mit übernehmen und falls nicht, eine 0 zurückgeben. Somit habe ich nun eine Definition für ein berechnetes Feld angegeben und werde nun mit OK diese entsprechend in unserer Tabelle einfügen. Wir haben dann nun eine weitere Spalte und zwar die Summe von den höchsten Umsätzen. Einen kreativeren Namen könnt ihr mir gerne in das Kommentarfeld schreiben. Ich bin sehr daran interessiert sozusagen, welche Ideen ihr dazu habt. Und man kann hier bereits sehen, dass nun jene Produkte angezeigt werden, wo der Umsatz größer als 10.000 Euro beträgt. Somit habe ich durch ein berechnetes Feld eine Zahl oder eine Anzahl von Möglichkeiten mir geschaffen, welche es die Bivotabelle verbessert bzw. noch weiter optimieren lässt. Ich kann auch auf dieses bestehende berechnete Feld, welche hier in der Auswahl wieder besteht, also ich kann hier über die Dropdownbox auf meine Definition wieder einsteigen und kann beispielsweise auch hier schreiben, dass dieses Ergebnis einfach 3% noch betragen soll. Das bedeutet, ich bestätige mit OK und habe nun von jenen Produkten, wo der Umsatz 10.000 Euro beträgt, größer als 10.000 Euro, mir die 3% angezeigt bzw. ausgeben lassen. Wie du siehst, kannst du damit deine Bivo-Tabellenanalysen wertvoll verfeinern und zusätzliche Einblicke gewinnen. An dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Falls du Fragen dazu hast, zu dieser Funktion, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg! Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg! Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg! Vielen Dank.